hi freunde und herzlich willkommen hier war archi gaming flow wieder am start heute gibt es eine weitere squad building challenge wir haben heute nicht mehr die full player days am start aber ucl content ist da heute an diesem dienstag und wir haben ihr seht schon spieler moments saul am start bevor wir rein starten in das video und saul einmal mit der frage lohnt sich spc yes oder no genauer anschauen würde ich gern bitten und zwar das video zu supporten mit dem fetten daumen nach oben ihr wisst bescheid support ist kein mord zerstört den like button jungs 300 likes geben wir als hieraus lasst support da für den täglichen content heute haben wir auch heute wieder den doppel upload am start jungs heute mittag haben wir uns um die bundesliga team of the season prediction gekümmert falls ihr das video nicht gesehen habt checkt es jetzt auf jeden fall sehr sehr gerne nach diesem video ab und ja nicht nur das haben wir heute am start die saul spc sondern ja ihr könnt euch gerne eure schreibung eure meinung rein runter die kommentare schreiben was haltet ihr von dieser moment saul spc eher yes oder no top oder flop das ist hier die große große frage wir haben aber und das deutet schon auf einiges hin und zwar wieder weekend league plus time jungs ja sechs tage vorbleibend das heißt wahrscheinlich dass keine neue promo rauskommt keine neue promo wahrscheinlich ja am freitag ich hoffe es stimmt nicht vielleicht geht es am freitag los mit dem team of the season voting das wäre ganz nice und am 23 sind vielleicht dann auch schon in zehn tagen jungs die team of the season spieler in packs verfügbar das wäre natürlich mega 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 nice aber weekend league plus ist da zehn siege 16 siege 22 siegen wir kennen das ganze und dann aus dem team of the week 29 erhaltet ihr dann die besagten foot champions spieler quasi extra player picks sozusagen ja die sind auf jeden fall am start heute frisch neu rausgekommen und nicht nur das sondern wie gesagt auch die saul spc neben des hauls spc jungs wir kennen ja ja gestern weil er ja komplett lost ich zeige euch kurz und zwar haben wir die panenka puzzle spc premium gold spieler pack leider unschwert ich glaube ich werde die spc nicht machen denn wir müssen folgendes abgeben und zwar ein seltener ucl spieler in 85er team schmiedesquad gold sogar mindestens sieben keine ahnung jungs ist kleine puzzle spc aber die waren auch mal besser die waren auch mal besser die puzzle spc sage ich ganz ehrlich so nicht nur das haben wir sondern tatsächlich auch die wunderbare tricot spc playstation schools cup ja jungs das ist ja wahnsinn 13 tage verbleibend haben auch ja meine güte ist ja wahnsinn jungs ein goldspieler 30 team schmied fünf engländer ja wer wollte es nicht auch schon immer haben dieses schöne tricot er wollte sich schon immer haben gibt zu ihr oder seid doch ehrlich so ich glaube wir haben auch noch eine weitere puzzle über den tricot spc oder nicht ich gucke mal gerade noch mal nach tricot spc chromic kit habe ich hier noch für 13 tage die wird irgendwie angezeigt oder sind wir dran vorbei gegangen chromic kit ich sehe sie auf jeden fall nicht von enka na liga ok laut futbin sehe ich auch noch eine andere chromatic kit geschichte wieso habe ich sie nicht am start jungs hier im spc segment ich weiß es nicht gut aber wir gehen auf jeden fall zu saul nugez er ist am start und zwar bekommt er seine moments karte für ihr wisst bescheid jungs und es ist tatsächlich schon ewig her ucl 15 16 jungs das solotor gegen die bayern und ich dachte mir so meine güte wie die zeit rennt jungs sechs tage eine woche haben wir zeit für diese spc zwei segmente und da muss ich sagen überteuert fragezeichen denn 85er mit einem 86er geraten squad jungs dann sage ich schon direkt erstmal gute nacht wir gucken uns aber den spieler mal an vielleicht lohnt sich das auch vier sternen vier sternen aber die mittel die arbeitsraten hoch hoch gefallen mir schon mal gar nicht vier sternen vier stände sind nice damit kann man auf jeden fall arbeiten das kommt auf die positive seite und dann haben wir natürlich atletico 3 madrid links wir haben spanien la liga link da gibt es ellen lange jungs da müssen wir nicht drüber reden und die sieht sogar relativ ausgeglichen aus diese zu kasse sehr gut aus also ich meine wir müssen nicht darüber reden jungs im idealfall spielt man hier natürlich nicht außen sondern natürlich mit einem shadow oder mit einem anchor ich glaube im anchor könnte ganz nice aussehen und dann zack natürlich in die z m position packen saul ja eigentlich ein zentraler spieler jetzt hier aber speziell für die moments geschichte als rm kann natürlich dann auch hier und da ein paar interessante gegebenheiten geben bezug auf squad building beziehungsweise vorteile geben weil er als rm draußen ist das könnte ich mir auf jeden fall sehr sehr gut vorstellen und ja angeschnittener schuss bringt auch noch mit also sieht nicht schlecht aus nichtsdestotrotz würde ich unter dem strich sagen 85er und 86er und dann auch nur eine woche verbleibend sorry jungs aber da bin ich raus da bin ich raus und das verstehe ich nicht warum ist jetzt eine saul spc jungs für sechs tage verbleibend aber dann denken sie sich einfach mal so ja diese trikot spc playstation schools die wollen bestimmt alle abschließen die halten erst mal 14 tage am stüssel muss man sich mal überlegen jungs 13 verbleibende tage ist diese trikot spc jetzt hier am start das kannst du doch keinem erzählen das kannst du doch keinem erzählen wahnsinn wahnsinn und die andere trikot spc wird mir schon gar nicht angezeigt die hat wahrscheinlich angst aufzutauchen ich weiß es nicht was da los ist aber auf jeden fall ist anscheinend auch eine zweite spc aufgetaucht und ich würde sagen wir gucken uns jetzt noch mal etwas genauer und detaillierter an und zwar bei footband ihr wisst bescheid let's go und abfahrt so freunde da sind wir bei footband am start kurz nach 19 uhr ist es und hier sieht jetzt auch einmal das chromatic kit ist am start ja keine ahnung warum es bei mir nicht angezeigt wird wir gucken ob preis schon am start ist ja da ist er reingekommen gerade frisch 80 prozent sagen auch darum muss man sich mal überlegen jetzt kurz vor dem team of the season 350 k für so eine spc das ist ja der wahnsinn das ist ja der wahnsinn puzzle spc kommt auch nicht gut an und playstation schools cup kit herzlichen glückwunsch dazu ja und wenn wir uns jetzt mal die saul spc uns darauf mal fokussieren und uns den mal jetzt ernsthaft anschauen gut vier sterne vier städte ich schon immer am start gab nein okay da war mir auf jeden fall klar das upgrade ist da von 4 auf von 4 3 auf 4 4 das ist ja schon auf jeden fall positiv ich mein tempo boost ist natürlich monströs 24 tempo oben drauf vier physis ein def kein großer unterschied c dribbling fünf passen und zehn schuss also offensiv upgrade ist auf jeden fall da und der könnte natürlich mit seinen vier sternen vier sternen sehr sehr guten setto im sogar geben die frage ist was packt man drauf dead eye 95 mittelstern und 95 zom das sieht nicht schlecht aus ein engine vielleicht je nachdem und ich weiß nicht wenn man ihn defensiver spielen will ja enko eigentlich nicht das ist er wirklich der zom mit den vier sternen vier sternen und dem upgrade da müssen wir ganz klar dann über engine engine oder dead eye würde ich jetzt persönlich sagen was sagt die football community enko powerhouse engine also da ist es so ein bisschen zwiegespalten schreibt mir das gerne rein was ihr meint wo ihren spielen wollen würdet wenn ihr ihn abschließen würde ganz theoretisch jetzt einfach mal ganz theoretisch wir gucken mal im powerhouse drauf 94 z m das könnte schon eher nach einem defensiveren mann aussehen aber mit seinen vier sternen vier sternen zieht er auch mit ein paar haus für offensiv ist sehr gut aus aber natürlich würde ich schuss auf jeden fall boosten wollen dead eye drauf packen 95 zom überlegt euch einfach ich schwanke zwischen offensive und z m ein richtiger z dm ist er nicht dafür ist das der wenn sie upgrade quasi zu wenig ja und sonst habe ich euch ja gesagt was schönes neues am start ist die neue die neue weekend league plus geschichte wahrscheinlich also keine neue promo am freitag und viel viel deutet halt wie gesagt jetzt darauf hin dass tatsächlich die league stimmen und in zehn tagen das team of the season losgeht ja also das soll es heute gewesen sein mit dem content mehr ist leider nicht rausgekommen ich hoffe trotzdem dass das video euch gefallen hat ich hoffe ihr habt jetzt ein bisschen mehr zu saulenden guests bescheid bekommen ich hoffe ihr wisst jetzt ob er die spc er sein lässt oder ob er sie macht ich würde definitiv davon abraten ihr könnt mir gerne eure mage mal reinschreiben in die kommentare und damit würde ich sagen was ist mit dem heutigen video ich hoffe es hat euch gefallen haut da rein lasst auf jeden fall like da gern auch die glocke aktivieren auf kostenfreie basis auf dem weg zu den 50.000 abonnenten ihr wisst bescheid support ist kein mord und damit reingehauen bis zum nächsten mal euch noch entspannten cheffesägeabend euer flo von archi gaming ciao leute und ja 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 Vielen Dank.